ja und damit herzlich willkommen zurück zu guardians of ember hier bei explorer mit dabei der dark und heute ziemlich instabilen servern wie ich festgestellt habe beim einloggen also die sind wohl heute schon ein paar mal abgeschmiert ich hoffe dass wir jetzt während der aufnahme verschont bleiben ansonsten wir sind jetzt wieder in den rugged hills ein bisschen auf die pauker hauen auf die goblins vor allen dingen hier wir sind wir müssen uns jetzt wieder in unser gebiet vorarbeiten ursprünglich aufgehört haben ja dann auch erst mal danke an euch da draußen für machst du 22 ich mache die zwei für die vielen tipps was das spiel mit dem priester angeht aber wir werden dann natürlich noch ein bisschen warten ich habe mir ein paar sachen zu herzen genommen die werde ich auch in den nächsten folgen oder während der nächsten folgen in angriff nehmen aber ansonsten schauen wir mal wie sich der priester entwickelt welche richtung wir gehen wir sind uns immer noch nicht ganz schlüssig ob ich reiner hier mal hybrid oder ob ich dann doch vielleicht voll auf der mitgehe müssen wir mal schauen nette köterlis aber da wir gerade mal ich für mein teil der 14 bin muss ich mir da noch keinen stress machen denke ich jetzt zu grün kam auf oder nur blauen ich wollte eigentlich mal das was das mache ich eben auch ich hab so ein xp trank den würde ich gerne nehmen weil du bist ja wieder zwei level vor mir kleiner schweine ich meine ich meine ich hätte doch in den letzten folgen irgendwas gekriegt in der richtung in krisse hier war das nicht das battle xp bonus battle xp nehmen wir den mal ankommen mal sehen ob es wirkt achso schon schluss hier dann schon schon vorbei weiß der explorer nimmt den trank ich liebe es hier habe ich mir den ganzen umfang die dunge ist groß das ist doch schön doch die dunge ist gefahren ist sowieso besser als draußen dort rumlaufen von a nach b hier ist nichts so nix was sind das denn ich will kein schlüssel ausgeben ich will das blauzeug das war ja nix keine kiss hier hat übrigens mir kein glück wenn du die kisten aufmachst dann mussten wir es nicht nur auf machen also entweder noch mal weiter scouten oder das ist nur fürs quest gewesen jetzt also naja lass mal weiter wenns noch irgendwo weitergeht dann heidiho ich will nicht teleportieren na der explorer ist zu langsam as always ich denke mal viel wird da nicht mehr kommen oder ist doch selten dass wir nochmal erkundschaftet haben und dass da noch was war man kann sein dass da noch eine truhe ist oder so oh ich hab level up war irgendwas mit level 15 ne ich glaube nicht ich 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 es ich 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 Weg No, das geht schon ein Stück noch Das ist schon mal gespannt Das ist schon tot Wohl nicht mehr draufhauen, wenn er schon tot ist Oben 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 ist er verpieselt er sich jetzt und ich stehe jetzt hier da ist noch nicht mal von hier unten wenn du top drückst mein freund was brauche ich nicht mit den eingang auch so do you want to leave yes do you want to drink your coffee yes so müssen geblieben jetzt ich habe mich gerade umgerüstet so weiter geht tülüm tülüm guck mal hier sind noch wo sie schon tot ist wo bin ich mal nien kill that rat was bist du denn dann war es sehr es war hässlich jetzt mal abschüttel ich so was tot oder was er so 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 ich glaube wir müssen hier lang hm ja müssen wir ok ok ja ich bin schon ein bisschen voraus gelaufen aber auch nicht weit ist ja nicht schlimm nur gescoutet so 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 Publikament. Keep going. Keep going. Keep going. And kill the boss. Oh. Wo sind noch welche? Ja. Da geht's nicht rein. Da geht's nicht rein. Es müssen noch ein, zwei Öber sein. Ja hier. Das war's, oder? Ja. Ja. Das war's schon wieder? Ja. Cementary Obelisk. Aha. Ja, dann machen wir mal alles kaputt hier. Ja. Beziehungsweise, jetzt sind wir im Weg zum nächsten, oder was? Ja, ich glaub schon. Ja. 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 Eine epische Spinne. Oh. Gut. Was war das nächste Mal? Nur noch einen. Ja, super, ja. Weißt du wo der ist? Wieder im Süden. Weil wir ja sonst nichts zu tun haben. Laufen, laufen, laufen. Ungeziffer, lady. Die Kammerjäger on Tour. So kannst du die Folge nennen. Ich muss übrigens gleich mal meine neue Waffe anziehen, die du mir in der letzten Folge gegeben hast. Mach doch hier. Ja, eigentlich eine gute Idee. Was habe ich denn hier? Das war? Ja. Das war es auch schon. Hm. Das ist Heavy Armor. Hm, ich gucke ob er mir noch. Juhu. Kill that trash. Ja. 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 Bugs. Bugs. Ich bin ein Duckman. Wer nicht. Den haben wir auch schon. Da läuft eine Lederhandtasche hinter mir. Oder ein Gürtel. Oder nichts. Nächster Dungeon. Nächster Dungeon. Dungeon. Kein Dungeon. Schade. Lauf nicht. Ja. Ne. Stopp. Was? Was? Falsch. Was? Ach so. Okay. Achievement earned. Gut. Oha. Warte. 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 Nicht ohne mich. Warte. Oha. Keiner da. Oh. H. Okay. Okay. Ich mach die auf. Ja. Okay. Nur scheiße. Ja. Ja. Mann. Mann. Achso. Einen schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao. Ciao.